Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5169. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. In meiner Heimat verkaufe ich selbst gebaute Vogelkäfige auf dem Markt. In meiner Heimat verkaufe ich selbst gebaute Vogelkäfige auf dem Markt. Ich fühle mich wohl, wenn ich die Sonne auf meiner Haut spüre. Ich fühle mich wohl, wenn ich die Sonne auf meiner Haut spüre. Die Eltern sind gestresst. Die Kinder sind zu laut. Alles ist sehr unruhig. Die Eltern sind gestresst. Die Kinder sind zu laut. Alles ist sehr unruhig. Die Eltern sind gestresst. Die Kinder sind zu laut. Alles ist sehr unruhig. Das ist eine gute Idee. Genau das werden wir tun. Ich freue mich darauf. Das ist eine gute Idee. Genau das werden wir tun. Am Muttertag besuchen wir Oma und bringen ihr Blumen mit. Das stört mich nicht. Ich erkläre es gerne noch einmal mit anderen Worten. Einem Prokuristen ist es nicht gestattet, Grundstücke zu veräußern, die Eigentum der Gesellschaft sind. Das Café ist noch nicht eröffnet. Es steht noch nichts auf dem Firmenschild. Das Café ist noch nicht eröffnet. Es steht noch nichts auf dem Firmenschild. Warum hast du deine Zunge rausgestreckt? Was möchtest du mir damit sagen? Ich suche Krabben im Meer. Heute sind nicht mehr viele zu finden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das Café ist noch nicht eröffnet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.